Fuck, 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 fuck! Oh, fuck. Du gehst vor, okay? Hier. Und da geht es weiter mit Hallo Neighbor! Also, deswegen geht's aber echt flott. Also, da habe ich die alten Teile schwere Erinnerungen gehabt. Aber, es ist ja noch nicht fertig. Also, nehme ich an. Hallo? Ist es einfach nur das hier? Einfach hier irgendwas versteckt, irgendwo. Aha! Bei der Natürlichkeit, dass es hier nicht einfach aufhört. Kann man den auch irgendwie manipulieren? Nein? Okay. Guckt euch das an, ey. Wie widerlich. Da oben mit Decken. Jetzt kommt er gleich und erschreckt uns. Also hier erscheint ein Kind. Guck mal, das ist auf... Das ist aufgemalt. Damit das Kind denkt, es ist... Ja, noch irgendwo oben. Kann ich da raus vielleicht? Hier durch. Ja, da kann man raus. Da kann man raus. Alter Verwalter, ist das krass. Die alten Teile haben natürlich auch echt krasse Momente gehabt. Aber das ist jetzt irgendwie grob. Eigentlich ist es jetzt nichts Ultra-Besonderes. Aber irgendwie ist das krass. Er packt da einfach ein Kind rein. Wahrscheinlich spielt das hier Nature-Sounds ab. Nee? Deswegen, was hat er denn hier? Ja, okay. Das ist halt wahrscheinlich einfach sein Abwasser-Scheiß. Ist er jetzt überhaupt noch da? Das geht doch ziemlich einfach im Moment, ne? Hier ist nochmal ein Schrank zum Verstecken, aber er ist ja gar nicht da. Ah, hier ist es zu. Guck mal rein. Also scheinbar haben sich die Entwickler da komplett umentschieden gegen dieses extrem hohe Haus und haben einfach eins in die Tiefe gebaut. Es gab ja schon ein Basement. Kind. Ah, ist nicht da. Ja, ein Basement gab es ja schon in einem älteren Teil, aber... Aber so auch nicht hier. So ausgebaut. Oh Gott. Hallo, du bist ein Sprutgespänz-Teller. Den nehme ich mit. Kann man die wie bei Frisbees schmeißen? Oh, schade. Boah, krass. Das ist eine riesige Apparatur. Das ist das, was ich eben offen hatte. Da kommt man dann direkt vom ersten Raum wahrscheinlich. Genau. Ne. Guck mal. Also das habe ich eben durchgeguckt hier. Genau, ja. Das ist der Gang, durch den wir gerade gelaufen sind. Und ja, hier. Das habe ich gemeint. Hier müsste es in den ersten Raum gehen. Genau. Okay. Okay. Und da hinten? Ist auch offen. Da lagert er seine Sommerreifen. Gut. Das hat er jetzt hinten. Ah, jetzt bin ich hier in dem Bereich. Mit den Ballmaschinen. Gehen die? Ne, gehen nicht. Schade. Oh, krass. Ich mache die Teller mal weg. Die stören irgendwie, oder? So im Bild. Die sind so riesig. So. Hallo. Du gehst vor, okay? Hier. Ist das ein Lager? So ein Kissenlager? Ne, das ist... Ist das scheiße? Okay, komm. Wir machen hier sofort auf. Kleiner Nachbarsjunge, ich rette dich um Gottes Willen. Ich brauche eine Taschenlampe. Da ist ein Loch, das man bestimmt aufstoßen kann. Was haben wir hier? Okay. Ich versuche hier mal die Mauer. Wow. Okay, ich bin einfach nur dagegen gelaufen. Und sie ist direkt zercrushed. Das ist jetzt zu. Ich nehme an, das heißt nicht, dass es unter Strom steht, sondern einfach nur, dass... ...dass es durch Strom sich öffnet, oder? Weil irgendwie steht zumindest keine Gewicht, wenn ich drankomme. Wir folgen mal dem Kabel. Ah, das fällt da oben rein. Gott, was geht da ab? Gott des Willen. Was ist da los? Ah. Boah, ist das eklig. Ist das laut? Gott des Willen. Hör auf. Oh. Ah. Ist ja was drin. Nein. Boah, das war echt gerade ein ekliger Sound, oder? Okay, ein weiterer Gang. Es ist ein riesiger Irrweg. Aber zum Glück ist der Neighbor hier wohl nicht da. Hier unten. Guck mal hier rein. Ah. Hä? Achso, das ist die andere Seite. Ja. Oh fuck. Oh fuck. Der Nachbar ist da. Der Nachbar ist da. Ja, wir haben die Taschenlampe. Geil. Der Nachbar ist da. Um Gottes Willen. Nein. Wo kommt man hin, wenn der einen jetzt fängt? Fuck, fuck, fuck. Der kommt. Nein. Geh auf. Oh Gott. Es geht nicht auf. Shit, 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 shit. Fuck. Da ist er. Okay, warte mal. Wenn du in die Richtung gehst, mein Freund. Dann gehe ich in die andere. Ey, warum komme ich nicht in diesen blöden, in diesen blöden Schrank? Okay, er ist da drüben jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, wir können jetzt hier an ihm vorbei. Oh fuck. Doodledledleded. No, 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 no. Keine Ahnung, wo wir sind, aber ich gehe kurz hier. Hier. Oh Gott. Hörte hin, da ist er. Wie der jagt uns immer noch. Hä? Ich bin im Schrank. Jetzt nimm mich rum, mein Freund. Da kann uns im Schrank nämlich nichts anhaben. Da bin ich der Chef. Oh, er ist close. Naja, egal. Ich muss jetzt was machen. Ich mach jetzt zu. Nimm mal den Stuhl weg. Ah, okay. Das ist immer noch dieser Raum, wo wir die Taschenlampe eben gefunden haben. Das ist jetzt echt eklig, ne? Ah, wo sind wir hier? Keine Ahnung. Der macht hier alle Türen auf. Ich weiß da nicht, woher, wo, wo, wo. Oh, das Schloss ist zu. Deswegen kann ich da nicht durchgucken. Ich hör den Steppen. Ich mach hier zu. Ah, hier sind die Reifen. Ah. Ah, okay. Ich geh jetzt halt nochmal hier rein. Oh Gott. So. Ich warte, die Tür zu machen. Ah, wir sind wieder im Eingang. Okay. Okay. Ey, das ist ja tausendmal eklicher wie das oben. Oben ist alles so hell und so fröhlich. Und hier bist du einfach in seinem, in seinem Kindert. That's fucking not amazing, dude. Na, na. Ich renne hierher, weil ich die Ding kaputt gemacht habe. Tschüss. Aha. Okay, warte mal. Schnell, hier sind die Reifen. Alles klar. Ich muss kurz den Raum noch untersuchen. Geht so? So. Hier habe ich die Taschenlampe gefunden. Hier war das Kind unter anderem auch drin. Aber hier ist nichts. Okay, da ist nichts. Was haben wir denn hier noch? Da geht's. Da liegt ein, was ist denn das? Ein Bär. Oh, nein. Oh, eine Falle. Da lag eine Falle. Oh. Der Frechdachs, oder? Warte mal. Oh, fuck. Oh, fuck. Und ich springe zu ihm hin. Oh, nein, 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 nein. Oh, das hat mich gerade geschüttelt. Oh, voll eklig gerade eben. Voll eklig. Also ich habe noch eine kleine Idee, die wir vielleicht versuchen könnten. Und zwar, oh. Und zwar können wir doch hier den Strom ausschalten, oder? Ah, dann geht das zu. Aber wir haben die Tür ja schon freigeräumt. Wisst ihr, wegen diesem Stromding. Das Teil führt hier scheinbar direkt rein, oder? Das ist zumindest das einzige stromtechnische Gefunzel, das mir jetzt hier gerade im Kopf ist. Ich hatte kurz, da steht er im Gottes Willen. Ich muss mal direkt gucken. Er ist so nah. Er ist so nah. Ah, da geht das hier auch zu. Aber guck mal. Jetzt ist hier nichts mehr. Kein Gefunkel. Wir können auch außen rum gehen, aber er ist halt dort. Wir können hier lang gehen und dann da rechts. Der ist im Hauptraum gerade. Perfekt. Bye, bye, bitch. Guck mal, jetzt renne ich hier außen rum. Und zwar darüber. Genau, hier. So. Und schon. Oh, no. Oh. Nein, 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 nein. Ich weiß gerade nicht. Oh, nein, oder? Hoffentlich kann der auch in seinem blöden Fall ins Dacken bleiben, der Sack. Nein, ist das an? Der hat es wieder angemacht, oder was? Oh, fucking shit. Hat er das einfach wieder angemacht? Kann das sein? Deswegen war er hier. Lass mal kurz testen. Pass mal auf. Ah, jo. Guck mal, ich mach's aus. Jetzt bestecke ich mich hier. Der kommt, der kommt. Oder doch nicht? Ich glaub, er lässt es doch aus. Ich geh mal vor. Es ist noch aus, ne? Ja, das Ding ist zu. Aber wo ist er jetzt? Oh, ist das eklig. Ist das eklig. Er kommt. Der Pisa macht das wieder an? Das ist doch ein Drecksack. Warte mal, kann ich den einsperren? Oder aussperren? Wenn ich ihn hier hin logge und dann zumache. Aber wie kriege ich ihn da hin? Mit dem Fernseher vielleicht. Wo sind die noch? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich denke, das ist ne Timing-Sache. Man muss einfach dieses Ding umlegen und dann ist da hinten auf jeden Fall offen. Ich nehm mir ein bisschen was mit, dass ich ihn beschmeißen kann. Falls er mich aufpassen... Er ist da. Nein. Nein. Hopp, das ist echt unfair, man. Er kann mich doch nicht jedes Mal instant sehen. Der kann doch nicht einfach direkt hier sein, der Dreck-Arsch. Obwohl er da richtig ist. Er ist da am Fernseher. Ruhe, bis zum TV. Tschüss. Nein. Deine verkackte... Deine Mutter. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Lass den scheiß Strom aus, oder ich schlag dich so brutal ins Gesicht. Mein Fräulein. Wo, 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 wo muss ich lang? Ja, es ist offen. Ah. Ha! Okay, wo, wo, ist das jetzt, ist das jetzt direkt jetzt hier drüben, oder was? Ah, jo, klar, logisch. Ha, 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 ha. Oh, okay. Oh, fuck, nein! Oh, okay. Oh, okay.